Facebook, Twitch und heute möglicherweise sogar Instagram. Es ist 21 Uhr deutscher Zeit. Wir sind mittlerweile live bei Facebook, auch live bei YouTube. In die anderen Netzwerke werden die Daten noch gesendet. Ihr Lieben, gestern das Internet, das war eine Katastrophe. Das tut mir sehr leid, kommt so nicht wieder vor. Heute haben wir allerdings ein tolles Thema. Wir machen also direkt weiter. Ja, jetzt sind wir auch live bei Twitch. Herzlich willkommen auch an alle Zuschauer bei Twitch. Unser heutiges Thema, der kleine Energiekreislauf. Das ist eine geführte Meditation im Stil von Mantak Chia. Ich werde mir hier auch den Chat mal öffnen. Das heißt, heute tatsächlich gar nicht so viel Text, sondern konkrete Schritte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind, dass ich euch da mal ein bisschen was dazu erzähle. Ich glaube, das hatte was mit einem Liebestarot zu tun, das ich für euch gezogen hatte. Und ich glaube, in diesem Liebestarot ist das Thema Tantra und Slow Sex zur Sprache gekommen. Und in diesem Zusammenhang erwähne ich dann immer sehr gerne auch Mantak Chia mit seinem kleinen Energiekreislauf. Noch mal ein bisschen Smaragdwasser trinken. Ah, das ist gut fürs Herz-Chakra. So, ihr Lieben. Ich denke mal, ihr habt vielleicht schon mal was von dem Qigong-Meister Mantak Chia gehört. Ich erzähle ja sehr viel von ihm. Das sind wirklich Leute, die haben über Chakren tatsächlich was zu erzählen. Im krassen Gegensatz zu vielen Leuten, die wenig Wissen, wenig wirkliches, wahrhaftiges Wissen über die Chakren besitzen, gehört Mantak Chia eben zu den Menschen, die die Chakren eben aus ihrer Praxis heraus, aus der Arbeit mit dem Chakrasystem kennen. Denn das Chakrasystem ist ja quasi ein Energiebahnsystem, welches direkt mit dem Akupunktursystem zusammenhängt und auch zusammenarbeitet. Das heißt, die Chakren sind nicht irgendwelche esoterischen, theoretischen Annahmen und Fantasiegebilde, die man willkürlich erweitern kann, sondern das ist schon eine ziemlich konkrete Wissenschaft, die verifizierbar ist und wiederholbar ist. Deswegen gibt es ja auch Akupunktur auf Rezept und wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Also hier haben wir eine Schnittstelle zwischen Esoterik und Exoterik, denn die Energiekanäle, die zwölf Hauptmeridiane, die durch unseren Körper fließen, das sind ja Energiebahnen. Das sind nicht die Nervenbahnen, nicht die Blutgefäße, das sind auch nicht die Lymphbahnen, sondern das ist ein weiteres Geflecht, das aber nicht physisch nachweisbar ist, nur energetisch. Wir können das nur anhand der Wirkung der Zeit beweisen, dass es das gibt. Man hatte auch Tests gemacht mit radioaktiven Isotopen und konnte tatsächlich genau die Isotope nachverfolgen. Die sind genau auf den vorher beschriebenen Bahnen gewandert. Daher wissen wir, dass die Meridiane eine überprüfbare Realität sind. Noch ist die westliche Wissenschaft nicht an den Punkt gekommen, zu sagen, wie eben die Energie fließt, also was das verursacht, wie quasi die Gefäße aufgebaut sind, wie es zu dieser Energieweiterleitung kommt. Fakt ist aber, es ist wissenschaftlich mittlerweile bewiesen worden. Und da, wo eben diese Knotenpunkte der Energiebahn sind, sowas wie Kreuzungen, wo viele Energiebahnen übereinander liegen, da entstehen eben auch Chakren oder eben auch ganz wichtige Akupressur- und Akupunkturpunkte. Und meistens gibt es solche Energiebahnen in der Nähe von Drüsen, solche Kreuzungspunkte und Energiezentren, so nennen wir die auch, die gibt es, die sind im Zusammenhang auch mit unserem Drüsensystem. Wichtige Drüsen sind ja die Schilddrüse, die Bauchspeicheldrüse, die Thymusdrüse im Herz, die Hypophyse und so weiter, die Hirnanhangsdrüse. Alles das sind entscheidende Drüsen in unserem Körpersystem, das endokrine System, so nennen wir das ja. Und dieses endokrine System kann eben durch uns getriggert werden. Eigentlich gehört das endokrine Drüsensystem zu einem autonomen System in unserem Körper. Das heißt, wir können das nicht direkt beeinflussen, nicht willentlich, nicht so wie einen Finger einfach bewegen, aber doch, wir können es mit gelenkter Visualisierung, mit Mithelzmeditation, mit Hilfe von Yoga und Qigong, haben wir unmittelbaren, direkten, nachweisbaren Einfluss auf die Aktivität unserer Körperdrüse. Das ist eine ganz spannende Sache, denn für jeden Menschen mit Depression, wer versteht, dass eine Depression eben durch eine bestimmte hormonale Imbalance ausgelöst wird, wer jetzt versteht, dass quasi die Hormone von Drüsen ausgeschüttet werden, der versteht dann auch, dass wenn er von einem bestimmten Hormon etwas weniger ausschüttet und von einem anderen Hormon etwas mehr ausschüttet, dann geht es ihm zumindest schon mal besser, emotional. Das löst nicht sofort die Probleme, aber immerhin löst es die Art, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir die Welt vielleicht sogar tatsächlich sehen und eben dann auch, wie wir Lösungen finden. Ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer, macht alles sowieso keinen Sinn oder besteht da ein Hoffnungsschimmer und man versucht es zumindest. Ganz wichtig, wer es gar nicht erst versucht, kann auch selten Erfolge haben. Und heute im kleinen Energiekreislauf werde ich euch Energiepunkte vorstellen, auf die ihr euch während der Meditation konzentrieren dürft. Ihr könnt überlegen, ob ihr bei der Meditation mitmacht oder ob ihr euch das anhört. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr gerade einen Stuhl habt, auf dem ihr sitzen könnt, macht mit. Solltet ihr heute eine Maschine bedienen, ein Auto fahren oder irgendwas machen, was eure volle Aufmerksamkeit braucht. Am besten ist, ihr schaltet ab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr mit in die Meditation gezogen werdet. Das kann gefährlich werden heute. Also heute gibt es keine Quasselstunde. Wir gehen heute in die angewandte Esoterik, in das angewandte Yoga. Im Westen sprechen wir von Magie. In Lateinamerika sprechen wir von Schamanismus. Wir arbeiten hier mit unseren Bewusstseinszuständen und die Bewusstseinszustände, die wir hier gleich erzeugen, die sind nicht dafür geeignet, um im Auto zu fahren oder eventuell eine Kreissäge zu bedienen. Das vorab. Ganz wichtig. Ganz wichtig, dass alle Leute, die jetzt gerade eben hier vielleicht unterwegs sind, einfach macht das Video aus, sind mir die Klickzahlen gerade egal. Wäre schade, wenn wir mit so einem schönen Thema eventuell einen Verkehrsunfall verursachen. Das wollen wir ja nicht. Darum, wenn ihr jetzt heute dieses Video schaut und wenn du das jetzt auch nachträglich schaust, dann sorge bitte dafür, dass du während der Meditation, während der geführten Meditation, eben deine Ruhe hast, möglicherweise auch nicht gerade unterwegs bist. Es kann wirklich sein, ich habe das schon mehreren Leuten gezeigt, diese Übung und die saßen auf den Stühlen und die sind mir fast vom Stuhl gefallen, weil die entschwindelig geworden ist. War am Anfang auch für mich sehr überraschend, wenn man regelmäßig Yoga praktiziert, dann kann man die Energien, feinstoffliche Energien, ziemlich gut eigentlich auch verarbeiten. Wenn man jetzt aber nicht so viel Übung hat und eher das Wissen in der theoretischen Natur ist, also sprich viel Buchwissen, wenig Körperwissen, wenig praktisches Wissen, dann können die Energien einen ganz schön von den Socken hauen. Und darum, wenn du das jetzt schaust, dann mach gerne mit, denn jedes erlebte Wissen, was du quasi gerade in der Spiritualität mit eigenen Sinnen auch erlebt hast, das ist eigentlich erst wertvoll. Alles, was wir nur theoretisch angelesen haben, kann uns sogar im Wege stehen, denn es aktiviert zu sehr unser Ego, unser Geist und trennt uns zu sehr von unserem körperlichen Empfinden ab. Wichtig, dass wir hier eine Einheit aus Körper und Geist bilden, jetzt auch in dieser Meditation. Einheit nicht nur vom Körper, Geist, sondern auch das Herz, Körper, Herz und Geist. Also drei verschiedene Energiezentren, das untere Tantium, das mittlere Tantium und das obere Tantium. Und ja, das erst mal vorab, bevor wir hier richtig loslegen, habe ich irgendetwas vergessen. Genau, die Bücher, aus denen ich das gelernt habe, die könnt ihr euch ganz normal bei Amazon kaufen, stehen tatsächlich auch, weil es die großartigsten Bücher sind, die ich zum Thema Chakra und Chakrin gelesen habe, stehen die fast immer in meiner YouTube-Liste unter dem Thema Mantak Chia. Die Bücher von Mantak Chia gehören fast immer zu den Geschenken, die ich Leuten mache, die ich gerne habe, wenn die Geburtstag haben, weil das einfach, es ist essential, das sind Basics. Obwohl die Basics tatsächlich mehr Content aufweisen als die meisten Chakra-Workshops, die ich mir da draußen mal so angeschaut habe. Da ist wirklich unheimlich viel, ich muss es leider auch so sagen, Mambu-Jumbo dabei. Da schreibt der eine vom anderen ab und da wird die Regen, im Prinzip lernst du in den meisten Chakra-Workshops leider nur die Reihenfolge der Regenbogenfarben und dann so ganz Grundlegendes über das Chakra und zwei Mantras zu jedem Chakra. Da ist aber noch viel, viel mehr möglich, was wir konkret erleben können. Eben durch die praktische, angewandte Yoga-Arbeit, durch die praktische Meditation, können wir da wirklich fundierte Erkenntnisse auch sammeln. So, ich glaube, das war jetzt erstmal wirklich das Wichtigste zur Vorbereitung. Kommen wir also zur Sache, ihr Lieben. Ihr werdet vielleicht schon öfter gehört haben, in verschiedenen Lehrwerken, dass immer wieder davon die Rede ist, dass man in der Wirbelsäule einen Energiekanal hat. Dort sind die Chakren und jetzt soll man in dem Aufstiegsprozess die Energien vom Wurzelschakra immer weiter nach oben leiten, zum Kehlchakra, zum dritten Auge, schließlich irgendwann zum Kronchakra und dann sprudelt das quasi aus dem Kronchakra heraus. Hier werden verschiedene Energien ein wenig durcheinander gebracht und das ist wichtig zu verstehen, dass wir die Kundalini-Energie, die wir erzeugen, die dritte Energie im Bunde, die uns eingeborene Energie, der Kelch der Jugend, der Kelch des ewigen Lebens, dass wir diese Energie eben nicht im Kopf speichern können und auch nicht speichern sollten. Das hat verheerende Auswirkungen auf die Psyche der Menschen. Das ist eine sehr hohe Energie und das verschmort tatsächlich die Leitungen, wenn man Pech hat. Ich habe dazu ein Video damals in Griechenland gemacht zum Thema Kundalini-Syndrom. Ich werde das auch direkt mal hier verlinken. Und im krassen Gegensatz zu dieser Lehre, dass hier oben jetzt das raussprudelt, was den meisten Menschen logischerweise nicht so häufig gelingt, steht eben der kleine Energiekreislauf. Der kleine Energiekreislauf, so wie in Mantak-Chia lehrt, der besagt, dass die Energie an der Wirbelsäule hochsteigt. Wo genau der hochsteigt, auf welche Punkte wir uns konzentrieren, das werde ich euch gleich beibringen. Und wenn wir dann am Scheitelpunkt angekommen sind, dann verweilen wir da nicht etwa mit der Energie und versuchen die jetzt in unser 8. Chakra zu lenken. Das sind andere Energien, die wir dorthin lenken. Sondern die Kundalini-Energie, die lassen wir dann eben an der Körpervorderseite wieder herabfließen. Dann gibt es das Diener- und das Lenkergefäß. Das sind Begriffe, die dürft ihr mal gehört haben heute. Die müsst ihr aber nicht hören. Das eine Gefäß geht hinten am Körper nach oben. Und das andere Gefäß verläuft an der Körpervorderseite wieder nach unten. So, dass es sich verbindet, dass es ein Kreislauf wird. Und der Kreislaufbeginn ist im Wurzelchakra. Das ist der Damp-Punkt. Das ist im Prinzip der Punkt zwischen Anus und Geschlechtsteil. Und in diesem Punkt sitzt eben auch das Mula-Banda. Das Mula-Banda, das ist ein Begriff aus dem Yoga. Das ist ein Verschluss oder ein Lock. Im Englischen heißt das Lock. Ein Energieverschluss. Und dieses Mula-Banda kann aktiviert werden und muss jetzt auch im kleinen Energiekreislauf kontinuierlich aktiviert werden, beziehungsweise gepumpt werden. Wir haben hier verschiedene Pumpen, Energiepumpen in unserer Wirbelsäule, die ich euch jetzt gleich offenbaren werde, die ich euch erklären werde. Die eine Energiepumpe, das ist quasi der Punkt direkt hinter euren Genitalien, aber vor eurem Anus. Und das ist eine Muskelgruppe. Die Amerikaner kennen das vielleicht auch als Powerhouse. Ihr könnt jetzt mal, wie sagt man, aktivieren. Kontrahieren. Das ist ein bisschen so, als wenn man dringend auf Toilette muss und versucht, das anzuhalten. Am Anfang sind das sehr grobe Bewegungen. Da hat man kaum Kontrolle über seine Becken. Da aktiviert man meistens erst mal sogar gleich noch die Po-Button mit. Das ist okay für heute. Wenn ihr dann ein bisschen eine feinere Motorik entwickelt in diesen Muskelgruppen an eurem Wurzelchakra, werdet ihr merken, dass ihr quasi nur den Damm auch aktivieren könnt. Dass ihr nur die Muskelgruppen am Damm aktivieren könnt. Diese Muskelgruppe, das ist das Mula-Banda. Ein zweiter wichtiger Punkt, auf den wir uns gleich konzentrieren werden, der liegt ziemlich in der Nähe, und zwar direkt am Steißbein. Da könnt ihr mal eure Wirbelsäule ertasten. Das ist im Prinzip der Punkt, wo die Wirbelsäule quasi zur Poporritze wird. Wir sind ja ganz praktisch jetzt. Und da ist euer Steißbein, ein Stück tiefer noch. Und da haben wir zusätzlich eine zweite Pumpe. Das ist die Steißbeinpumpe. Da können wir zusätzlich Muskeln anziehen, anspannen, pumpen lassen. Diese zwei Pumpen, die brauchen wir jetzt. Die brauchen wir jetzt. Die sind essentiell, nicht nur für guten Sex, sondern die sind auch essentiell, um den kleinen Energiekreislauf überhaupt in Gang zu bringen. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen. Gerade in Berlin stehen diese alten Pumpen rum. Da muss man erstmal eine ganze Menge, eine ganze Weile pumpen, um einen gewissen Unterdruck zu erzeugen, bis dann irgendwann das Wasser durch den Unterdruck der Pumpe bis nach oben gepumpt wird und dann schließlich aus der Pumpe heraus plätschert. Und genau das müssen wir auch machen. Wir müssen im Prinzip so lange die Pumpe aktiv halten, bis wir einen Energiefluss erzeugt haben. Und wenn die Energie anfängt, am Rücken nach oben zu fließen und von alleine am vorderen Bereich des Körpers nach unten zu fließen, dann irgendwann müssen wir nicht mehr ganz so stark pumpen. Das wird dann automatisch mit der Atmung synchronisiert. Okay, das sind erstmal die ganz groben Grundlagen, was wir jetzt gleich machen werden. Wir werden also die Energie aus dem Kelch des Lebens, aus dem Wurzelschakra, aus dem Elixier des Lebens, aus dem jungen Brunnen, aus dem heiligen Gral, unserem Wurzelschakra, mittels des Dammpunktes, in der Literatur heißt das Kui Jing, und der Steißbeinpumpe, dem Chang Chang, die Wirbelsäule nach oben pumpen. Und ich werde euch Stück für Stück bitten, euch auf bestimmte Punkte an eurer Wirbelsäule und auch an eurem vorderen Körperbereich zu konzentrieren, um sie erstmal zu fühlen, um zu spüren, wo sind hier gewisse Tore. So, wir haben an der Wirbelsäule, am Rücken, gewisse Energiepunkte, gewisse Energietore, wo wir die Energie erstmal durchdrücken müssen, durchpumpen. Es kann sein, dass es da Widerstände gibt. Es kann sein, dass es da vielleicht sogar Schmerzen gibt, wenn da die Energiebahnen blockiert sind. Und sehr wahrscheinlich sind da einige Energiebahnen blockiert. Es kann sein, dass euch schwindelig wird. Wenn euch schwindelig wird, ihr könnt jederzeit diese Meditation abbrechen, die Augen wieder ausmachen, ganz normal atmen. Solltet ihr anfangen zu hyperventilieren, dann nehmt euch einfach eine Tüte und atmet kurz bitte in eine Tüte rein. Kennt eure Grenzen. Okay. Wir machen eigentlich nichts außer sitzen und uns auf bestimmte Punkte, Energiepunkte unserer Wirbelsäule konzentrieren. Aber das ist jetzt angewendetes Qigong, angewendetes Yoga. Darum muss ich da ein paar Vorsichtsmaßnahmen vorher erklären. Denn ich bin ja hier und kann euch jetzt im schlimmsten Fall sehe ich nicht mal, wenn was ist. Ich denke aber, wir sind alle alt genug. Und die Zeit ist auch reif, wenn nicht sogar überreif, dass mehr Menschen von diesen Technologien erfahren. Von dem Wunderwerk-Körper, von diesem magischen Raumschiff, diesem heiligen Tempel Gottes, diesem Kristallpalast, diesem Salzkristallpalast, der hier eben als menschlicher Körper über diesen Planeten wandelt. Dass wir mehr davon erfahren. Eben. Heute ist es sehr ruhig im Chat. Das finde ich okay. Wenn ihr jetzt vorab keine Fragen habt, was ich wünschenswert fände, würden wir direkt anfangen. Und im Anschluss, wenn ihr dann noch in der Lage seid, zu kommunizieren und nicht eventuell in der Energie verweilen wollt, könnt ihr mir dann noch einige Fragen stellen. Ansonsten müssen wir mal schauen, wie wir das heute zeitlich organisieren. Wir können dann gerne auch in der nächsten Woche weiter über dieses Thema sprechen. Also, es ist der kleine Energiekreislauf eine der häufigsten Übungen. Das lernt ihr normalerweise in jedem Magiebuch. Fast jede Loge weltweit zeigt das ihren Adepten. Definitiv. Das ist im Prinzip die Eintrittskarte in astrales Reisen, in astrales Träumen, in astralprojektion und so weiter. Was sind die Vorteile vom kleinen Energiekreislauf? Noch vorab. Wir durchmengen und durchmischen unsere Energien, sodass überall im Körper gleichmäßig die Energien verteilt sind. Das ist eine gute Sache. Denn der eine ist vielleicht zu sehr im Kopf, der andere zu sehr im Becken, der nächste zu sehr im Bauch, der andere vielleicht sogar zu viel im Herzen, obwohl das kaum möglich ist, aber vielleicht zu viel im Solarplexus und der Macht. Und durch den kleinen Energiekreislauf gleichen wir eben die Energien aus und energetisieren uns dadurch, dass wir jedes Schakren, wir haben es nicht direkt mit Schakren zu tun, obwohl es auch Schakren sind, wir energetisieren im Prinzip unseren Körper dadurch. Der Ausgleich schafft einen gesunden Energiefluss, sodass frische Energie aus dem Kosmos dann auch in unser System fließen kann. Ihr werdet feststellen, dass ihr eventuell einige Punkte aus dem Sieben-Chakra-System kennt. Für den Moment vergesst mal dieses Sieben-Chakra-System, zumindest am Anfang. Später, wenn euch da ein paar Eselsbrücken helfen, um euch die Punkte zu merken, nutzt gerne auch das Chakra-System. Wirkt sich das auf den Schlaf aus? Fragt Sorella, dreht das auf? Nein, das dreht überhaupt nicht. Das ist absolut gesund. Es entspannt dich viel mehr. Es kann sogar sein, dass wenn du Schlafstörungen hast oder nicht durchschlafen kannst, dass du heute schläfst im Baby. Wir machen hier eine Energieheilung. Also ich zeige euch eine uralte Form, wie du deine eigenen Körperenergien jetzt mal spüren kannst und zum Fließen bringen kannst und ausgleichen kannst. Du bist danach eher ausgeglichen. Okay, ihr Lieben. Wenn ihr jetzt sitzt, dann setzt euch bequem hin. Lehmt euch gerne an. Wenn ihr die Übung jetzt ein zweites Mal macht, weil ihr das Video noch einmal anschaut, dann zieht euch vorher bitte bequeme Kleidung an. Keine einschnürenden Hosen, keine zu engen Jeans, keine Gürtel. Falls ihr enge Armbänder habt oder zu enge Ketten, dann legt die ab. Das muss jetzt nicht sofort sein, aber beim nächsten Mal könnt ihr euch da vorbereiten. Sorgt dafür, dass der Raum gut gelüftet und gut geheizt ist und dass für die Zeit der Übung ihr nicht gestört werdet, dass wenn ihr diese Übung auch wiederholt und noch einmal, vielleicht sogar täglich, das wäre gesund, dass ihr dann auch sowas wie Telefon und Handy mal ausschaltet, damit ihr da wirklich auch in diesen Zustand mal hineinspüren könnt, indem man da gelangt. Ansonsten für heute gehen wir das einmal auch theoretisch praktisch durch. Das heißt, wir praktizieren das, aber ich werde dabei natürlich auch sehr viel erklären müssen. Und in den anderen Malen könnt ihr euch einfach nur in stiller Meditation auf die Brote konzentrieren. Also setzt euch bequem hin. Die Füße stehen flach auf dem Boden auf. Die Beine sind parallel, nicht überkreuzt. Die Handflächen können einfach entspannt auf den Oberschenkeln rum. Sitz gerade und konzentriert euch jetzt bitte auf euer Wurzelchakra. Sprich, auf den Punkt zwischen Anus und Geschlechtsteil auf dem Dammpunkt des Hu Yin. Konzentriert euch da drauf mal. Spürt mal diesen Punkt ganz unten im Kreis. Das ist der Anfangspunkt unserer Reise. Lasst ihn mal warm werden. Spürt mal dieses leichte Kribbeln im Wurzelchakra. Stimmt euch mal darauf ein. Und jetzt beginnt mal diese Muskelgruppe zu aktivieren und zieht mal den Damm nach oben. Nach innen quasi. Das Mula Banda. Wer das Mula Banda kennt, spannt jetzt mal das Mula Banda. Einzieht das mal nach oben. Und lasst wieder los. Das ist ein bisschen so, wie wenn man wirklich hart auf die Toilette muss und versucht, das zurückzuhalten. Ganz ähnliche Muskeln wenn man aktiviert. Nicht die gleichen, aber sehr ähnliche Muskeln. Und spannt nochmal das Mula Banda an. Zieht den Damm nach oben. Und lasst wieder los beim Ausatmen. Einatmen. Mula Banda aktivieren. Hui Jin. Den Dammpunkt nach oben ziehen. Mal richtig stark nach oben ziehen. Und beim Ausatmen wieder loslassen. Von hier senden wir die Energie jetzt von diesem Punkt mal zum zweiten Punkt zum Steißbein. Vor unserem inneren Auge verbinden wir diese Punkte jetzt mal. Wir senden jetzt mal vom Dammpunkt zum Steißbein die Energie. Das heißt, wir aktivieren jetzt auch die Steißbeinpunkte. Beim Einatmen spannen wir die Muskulatur an unseres Becken und des Steißbeins. Das Steißbein kann sich bewegen. Das werdet ihr merken. Das merkt man häufig auch beim Orgasmus. Und beim Ausatmen könnt ihr das Steißbein und den Damm wieder entspannen. Und beim nächsten Einatmen zieht ihr wieder den Dammpunkt das Hui Jin nach oben und sendet mit aktivierten Hui Jin jetzt die Energie zum Steißbein. Ihr werdet merken, das Steißbein aktiviert sich. Daher nur die Steißbeinpunkte. Die Knochen können sich bewegen. Und pump mal mit dem Steißbein. Aktiviert mal die Steißbeinmuskulatur, wo die Anusmuskulatur und pump mal nach oben. In Stößen, in Schüben. Das ist ein bisschen wirklich so, wie wenn man versucht, das Kacken anzuhalten. Ich muss euch irgendwie ja die Muskelgruppen beschreiben, die aktiviert werden. Das ist auch lustig, gerade am Anfang. Gerade, weil man auch an diesen sensiblen Punkten anfängt. Aber, das ist unser menschlicher Körper, da gibt es keine Tabuzonen. Jedenfalls nicht, wenn wir über eine Kamera sprechen. Also nochmal, den Dammpunkt aktivieren. Das ist der Punkt zwischen Geschlechtsteil und Anus. Nach oben ziehen, beim Einatmen. Und die Energie jetzt zum Steißbein senden. Zum äußersten Punkt eurer Wöhle-Säule senden wir das jetzt hin. Sehr gut. Und jetzt pumpen wir mit dem Steißbein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Und von hier werden wir nun einen dritten Punkt mit aktivieren. Wir fangen wieder im Huijin an, im Dammpunkt und bewegen uns dann mit unserem Bewusstsein, mit unserem Fokus auf das Steißbein und vom Steißbein aus senden wir die Energie nun zum Tor des Lebens, zum Mingmeng. Das ist der Punkt, der liegt direkt hinter eurem Bauchnabel. Also wenn ihr quasi eine Gerade von eurem Bauchnabel zeichnen würdet, die hinten auf der Wirbelsäule rauskommt, direkt da liegt das Tor des Lebens. Das ist der dritte Punkt. Ihr könnt euch jetzt einfach mal auf diesen Punkt konzentrieren. Versucht ihn mal zu finden. Ihr könnt ihn vielleicht auch ertasten, aber er spürt ihn mal. Und direkt hinter eurem Bauchnabel auf der Wirbelsäule liegt der Mingmeng. Ganz wichtiger Punkt. Das ist der dritte Punkt. Den spürt man direkt hinter dem Bauchnabel. Also das ist nicht der Bauchnabel am Rücken. Also wenn wir da jetzt quasi mal einfach anzeichnen würden auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Vorderseite auf dem Bauch ist der Bauchnabel und auf der Rückseite des Körpers am Rücken, da ist dann der Mingmengpunkt. Quasi der Bauchnabel am Rücken. Tor des Lebens. Okay. Die drei Punkte haben wir jetzt. Die verbinden wir jetzt. Ihr atmet ein. Ihr aktiviert das Huijin, den Dammpunkt. Sendet mit der ersten Pumpstoß die Energie zum Steißbein. Aktiviert das Steißbein. Ihr pumpt jetzt mit dem Steißbein und ihr sendet die Energie jetzt zum Mingmeng, zum Tor des Lebens. Zum Punkt am Rücken, der eurem Bauchnabel gegenüberliegt. Das ist der dritte Energiepunkt. Da sendet ihr jetzt eure Kundalini-Energie hin. Visualisiert das und pumpt bis zu diesem Punkt hoch. Punkt hoch. Bis zur Höhe eures Bauchnabels auf der Rückseite. Vor allem Wundelsäule. Okay. Und ausatmen. Ihr könnt die ganze Zeit eure Steißbeinpumpe und euer Mula Wanda zum Pumpen nutzen. Das braucht ihr. Einatmen. Mula Wanda aktivieren. Pumpen. Zum Steißbein senden. Mit der Steißbeinpumpe weiter pumpen. Und die Energie in die Wirbelsäule aufnehmen. Und zum Mingmeng hochpumpen. Dann ist der Punkt direkt gegenüber vom Bauchnabel. Bis da hochpumpen. Mit dem Mingmeng mal spüren. Ihr könnt euch auch gerade hinsetzen, wenn ihr das Bedürfnis jetzt habt. Wir haben so eine mal richtig strecken. Und pumpen. Und ein drittes Mal zur Wiederholung. Wir aktivieren den Dammpunkt und ziehen den Dammp nach innen, nach oben. Wir senden die Energie vom Dammpunkt in das Steißbein, in die Wirbelsäule hinein. Wir aktivieren die Steißbeinpumpe und pumpen in unserer Wirbelsäule die Kundalini zum Mingmeng-Punkt. Wir können warm werden lassen. Wir können mal spüren, und wir pumpen quasi wieder im Thermometer fließt jetzt die Kundalini Stück für Stück nach oben. Wir heizen jetzt quasi uns mal auf und pumpen die Energie zum Mingmeng-Punkt. Das Tor des Lebens. Der nächste sehr wichtige Punkt im Qigong, im kleinen Energiekreislauf, ist der Qi-Jung. Das ist der große Wirbelpunkt. Das ist der Punkt direkt gegenüber von unserem Herzchakra zwischen den Schulterblättern. Das heißt, wenn wir jetzt die Kundalini, die Wirbelsäule, nach oben senden und pumpen, dann pumpen wir durch die ersten drei Punkte bis zum vierten Punkt hoch. Das ist ein Punkt direkt zwischen unseren Schulterblättern. Ihr spürt den auch. Ihr müsst nur mal ganz kurz dahin spüren. Ihr kennt den auch schon ewig. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist ein wichtiger Qi-Jung-Punkt. Das ist der Punkt, der quasi gegenüber eurem Herzchakra auf der Wirbelsäule liegt. Zwischen euren Schulterblättern. Das ist ein sehr starker Energiepunkt. Und jetzt senden wir die Energie direkt bis zu diesem vierten Punkt. Wir fangen also wieder an, am Damm. Damm, aktivieren, einatmen, nach oben ziehen, Mulavanda. Und jetzt senden wir die Energie in das Steißbein. Wir pumpen mit dem Steißbein die Energie zum Ming-Meng, zum Tor des Lebens, der Nabelpunkt am Rücken. Und von dort senden wir die Energie jetzt hoch zwischen die Schulterblätter. Zwischen die Schulterblätter pumpen wir jetzt die Kundalini-Energie, bis sie wirklich nach und nach fängt es an zu kribbeln. Falls ihr am Anfang nichts spürt, das ist okay. Die Kanäle müssen sich erst mal aktivieren. Die Visualisierung wird dafür sorgen, dass dort die Energie hinfließt. Pumpt einfach weiter und konzentriert euch jetzt auf den Punkt zwischen euren Schulterblättern gegenüber eurem Herzchakra. Und pumpt die Energie dahin durch die drei Punkte. Mulavanda, Steißbeinpumpe, Tor des Lebens und vom Tor des Lebens zum großen Wirbelpunkt. Vier Punkte. Verbindet diese vier Punkte. Dammpunkt, Steißbeinpunkt, Tor des Lebens, und großer Wirbelpunkt. Immer weiter pumpen. Im Sekundentakt. Pump, Pump, Pump. Die Atmung kann frei fließen, ihr hört das ja bei mir, ich spreche ja auch. Ihr könnt das aber auch mit der Atmung synchronisieren, dann wird es noch intensiver. Einatmen, wenn ihr anspannt und hochpumpt und ausatmen, wenn ihr euch entspannt. Und bis zum Herzchakra, bis auf Höhe des Herzchakras pumpen wir jetzt die Kundalini-Energie in der Wirbelsäule nach oben das geht immer leichter, je öfter man das macht. Und von hier aus werde ich euch heute den fünften Punkt zeigen. Der fünfte Punkt, das ist ein ganz spannender Punkt, das ist das Jade-Kissen. Da könnt ihr alle mal direkt an eurem Schädel fühlen. Das ist der Punkt, wo eure Wirbelsäule in den Schädel übergeht. Und da haben die meisten Menschen direkt da am Hals, da wo auch die Haare schon sind, einen kleinen Knubbel, einen kleinen, als ob da eine Perle oder eine Murmel ist, die da direkt am Ende der Wirbelsäule am Schädel ist. Diesen Punkt nennen wir das Jade-Kissen. Ganz wichtiger Energiepunkt. Das Jade-Kissen könnt ihr auch mal direkt durchreiben, mal spürbar machen. Fast jeder hat da diesen kleinen Knubbel am Hinterkopf, genau an dem Punkt, wo die Halswirbelsäule in den Schädel eintritt. Das ist das Jade-Kissen, der Yucheng. Das ist jetzt der 1, 2, 3, 4, fünfte Punkt, auf den wir uns konzentrieren. Wir fangen also wieder unten am Dammpunkt an. Wir pumpen, wir aktivieren das Molarwander, wir ziehen den Damm nach oben, verschließen sozusagen die unteren Gefäße, lassen durch die Anspannung die Energie ins Steißbein fließen. Wir fangen mit der Steißbeinpumpe an, die Energie vom Steißbein zum Tor des Lebens zu pumpen. Der Tor des Lebens ist auf der Höhe des Bauchnagels. Im Tor des Lebens fließt die Energie weiter nach oben, weiter pumpen, zum Herz-Chakra-Punkt auf der Wirbelsäule, zwischen den Schulterblättern. Und von da schießt die Energie quasi in das Jade-Kissen bis zum Jade-Kissen, pumpt ihr die Energie jetzt nach oben. Wunderbar. Ein wirklich erfrischendes Gefühl. Einfach immer wieder diese fünf Punkte jetzt visualisieren. Dammpunkt, Steißbeinpunkt, Tor des Lebens, großer Wirbelpunkt auf Herz-Chakra-Höhe. und das Jade-Kissen direkt am Schädel, wo die Wirbelsäule in den Schädel einträgt. Und von hier aus kommen wir nun zum Pau-Hui, zum Kompass. Das ist der Punkt, das ist unser Kron-Chakra. Wir sind jetzt also am Kron-Chakra angekommen. Das heißt, vom Jade-Kissen senden wir die Energie nun hoch zur Schädeldecke, da, wo die Fontanelle ist, da, wo das Kron-Chakra ist, der 1000-Watt-Träger-Lotus, der Kompass in der Qigong-Lehre. Also, wir verbinden jetzt mal den Dammpunkt, wir aktivieren den Dammpunkt, wir ziehen richtig mal das Mula-Wander nach oben. Dadurch fließt die Energie ins Steißbein, im Steißbein fangen wir an zu pumpen. Die Energie fließt vom Steißbein jetzt nach oben zum Tor des Lebens auf Höhe des Bauchnabels. Vom Tor des Lebens fließt die Energie nach oben zum großen Wirbelpunkt auf Höhe des Herz-Chakras. Von da aus fließt die Energie weiter zum Jade-Kissen direkt am Schädel. Von da aus lassen wir die Energie nun auf unseren Schädel fließen zum Kompass, zum Kronen-Chakra. Und einmal noch wiederholen, vom Dammpunkt zum Steißbein-Punkt, zum Tor des Lebens das die Energie fließen lassen. Das ist die Energie fließen lassen. Vom Tor des Lebens erfülltes Herz-Chakras pumpen zum großen Wirbelpunkt, vom großen Wirbelpunkt zum Jade-Kissen. Das ist der Punkt, wo die Halswirbelsäule in den Schädel eintritt. Und weiter pumpen zur Schädeldecke, Kompass, Pai Hui. Jetzt lassen wir die Energie vom Schädeldach nach unten fließen zum Yin-Tang, zum Himmels-Tor, zum Punkt zwischen unseren Augenbrauen und Sitz unseres dritten Auges. Vom Schädel fließt jetzt automatisch die Energie durch das Pumpen, sie tropft quasi herab, zum dritten Auge. Das heißt, wir müssen nur bis zum Kronen-Chakra hochpumpen und dort einen Überschuss erzeugen, aktiv. Jetzt läuft es passiv quasi auf der Vorderseite des Körpers nach unten. Es tröpfelt jetzt quasi nach unten. Die Kundalini-Energie. Und das ist das Magische. Also noch einmal Damp-Punkt aktivieren zum Steißbein senden. Vom Steißbein auf Nabelhöhe zum Tor des Lebens. Vom Tor des Lebens Herz-Chakra-Höhe zum großen Wirbelpunkt. Vom großen Wirbelpunkt zum Jade-Kissen im Schädel. Vom Jade-Kissen zum Kompass im Kronen-Chakra. Und weiterpumpen, sodass die Energie vom Kronen-Chakra ganz automatisch zum dritten Auge herabfließt. Und jetzt gibt es einen sehr interessanten Energiefluss. Die Energie fließt jetzt vom dritten Auge über unseren Nasenrücken zu unserer Nasenspitze und von der Nasenspitze an der Nase entlang quasi auf die Oberlitte rauf. Und jetzt geht der Energiekanal in den Mund rein zum Gaumendach. Da ist der nächste Punkt. Und jetzt gibt es etwas ganz Magisches. Die Zunge ist der An-Aus-Schalter. Das heißt, die Zunge muss das Gaumendach berühren. Die Spitze der Zunge, die gespitzte Zunge berührt jetzt das Gaumendach und muss da auch bleiben, um den Energiekreislauf überhaupt zu schließen. Wenn ihr jetzt also die Zunge an das Gaumendach legt und ihr jetzt noch einmal anfangt zu pumpen, lasst die Zunge am Gaumendach liegen, solange wie ihr das könnt. Falls ihr eine Pause braucht, dann öffnet den Kreislauf. Jetzt das ist der An-Aus-Schalter. Das heißt, die Energie fließt vom dritten Auge über den Nasenrücken zur Nasenspitze, von der Nasenspitze in die Mundhöhle. Das ist die Energiebahn. Und in der Mundhöhle am oberen Gaumendach hinter den Schneidezähnen, ihr spürt das, da gibt es sehr viele verschiedene Energiepunkte, da legt ihr eure Zungenspitze an, um den Energiekreislauf zu schließen. Ihr werdet den richtigen Punkt finden, das kribbelt, wie als wenn ihr eure Zunge an einer Batterie haltet, falls ihr das mal gemacht habt. Die alten Batterien mit diesen zwei Polen. So ähnlich kribbelt das auch, wenn ihr den richtigen Punkt findet. Ziemlich weit nach oben. Ziemlich weit nach oben ins Gaumendach. Nicht ganz nach hinten. Da kommt die Zunge hin. Und jetzt fließt die Energie, die Zunge herab zum Kehlkopf. Dieser Punkt heißt Huan-Chi, die zwölf Geschichten. Und wir beginnen jetzt noch einmal am Dammpunkt und gehen diese Stelle, diese Passage vom dritten Auge bis zu den zwölf Geschichten noch einmal durch. Das musste ich kurz aber erklären, denn das ist eine sehr ungewöhnliche Energiebahn vom dritten Auge über den Nasenrücken in den Gaumen hinein, vom Gaumen mit dem Zungenschalter in die Zunge zum Kehlkopf. Das ist der Energiekreislauf. Die Zunge ist ein entscheidender Teil. Die Zunge kommt oben hinter die Schneidezähne an den Gaumen. Weiter nach hinten. Ihr spürt den Punkt. Da wird es ein bisschen weicher. Okay. Lass die Zunge jetzt bitte oben am Gaumen, während ich erkläre und praktiziert das jetzt einfach noch einmal. Ihr fangt am Dammpunkt an. Aktiviert den Dammpunkt. Ihr lasst die Energie in das Steißbein fließen. Von da aus pumpt ihr die Energie zum Tor des Lebens nach oben. Mit dem Steißbein und mit dem Damm. Die Mulabande. Am Tor des Lebens gegenüber von eurem Bauchnabel sammelt sich die Energie und fließt nun weiter zum großen Wirbelpunkt gegenüber von eurem Herzchakra und sammelt sich da wieder. Vom Herzchakra Punkt fließt die Energie zum Jadekissen und sammelt sich auch da. vom Jadekissen fließt die Energie zum Kompass zum Kronenchakra und sammelt sich auch da. Und von da aus fließt die Energie passiv nach unten zum dritten Auge. Wir pumpen weiter. Wir sorgen für Nachschub. Energie sammelt sich zwischen den Augenbrauen aktiviert das Stirnzentrum. Von da aus fließt die Energie über euren Nasenrücken zur Nasenspitze. Von der Nasenspitze geht der Energiekanal nach innen zum oberen Gaumensegel. Und vom Gaumensegel fließt die Energie jetzt in die Zunge. Und von der Zunge fließt die Energie zu den zwölf Geschichten zu eurem Kehlkopf-Chakra. Und ihr pumpt weiter und lasst die Energie erstmal nur bis zum Kehlkopf fließen. Vom Damppunkt zum Steißbein vom Steißbein zum Tor des Lebens vom Tor des Lebens zum Herzchakra-Pump zum Jadekissen pumpen immer weiter mit dem Steißbein pumpen zum Kompass-Kronenchakra immer weiter pumpen vom Kronenchakra fließt die Energie zum dritten Auge zwischen euren Augenbahnen immer weiter pumpen. Versucht alle Punkte zu spüren gleichzeitig in eurem dritten Auge fließt die Energie über euren Nasenrücken ab nach innen zu eurem Gaumen in eurer Zunge zu eurem Kehlkopf zu den zwölf Geschichten. Und von dort fließt die Energie herab zu eurem Herzchakra auf der Vorderseite immer weiter pumpen von eurem Herzchakra fließt die Energie nun herab zu eurem Solarplexus-Chakra das ist der Punkt direkt unter eurem Rippenbogen direkt darunter ist der Solarplexus-Chakra die weiche Stelle unter euren Rippen immer weiter pumpen jetzt fließt die Energie nun zum Bauchnadel im Solarplexus direkt zum Bauchnabel und vom Bauchnabel fließt die Energie nun nochmal drei, vier Finger breit unter den Bauchnabel zum Hara das ist der wichtigste Energiepunkt das ist der einzig wirklich sinnvolle Energiepunkt um Energien zu speichern wenn ihr also in der Liebesvereinigung seid und ihr habt zu viel Energie dann praktiziert ihr den kleinen Energiekreislauf bis zu diesem Punkt und sendet eure Sexualenergie durch diesen kompletten Kreislauf bis zu diesem Punkt bis zum Hara drei Finger breit unterhalb des Bauchnabels das könnt ihr auch spüren es ist interessanterweise da wo im Westen immer der Gürtel sitzt da wird der wichtigste Lebenspunkt abgeschnürt darum tragt vielleicht Hosen die diesen Punkt oder Röcke oder Kleider die diesen Punkt nicht so stark einstüren da darf Energie gespeichert werden in unendlichem Maße da gibt es bisher noch keine Überlieferung dass man da zu viel Energie mal gespeichert hat von dort aus könnt ihr dann die Energie später auch wieder nutzen und in den Kreislauf einspeisen das ist auch als Samenpalast bekannt wie doch oft so bezeichnet oder als Hara und von diesem Punkt der drei Finger breit vier Finger breit maximal unter eurem Bauchnabel liegt ihr könnt es auch mal erfüllen ihr spürt es da wird automatisch heiß bei den meisten Menschen das ist euer Hara da ist eure Lebenskraft ursprünglich gespeichert da gehört sie hin nicht ins Kronschacht von dort aus könnt ihr jetzt den Kreislauf schließen indem ihr euer Hara mit eurem Dammpunkt verbindet den Samenpalast das mit dem Dammpunkt verbindet das ist die richtige Richtung des Energieflusses vom Dammpunkt aus fließt die Energie ins Steißbein vom Steißbein zum Tor des Lebens gegenüber des Bauchnabels vom Tor des Lebens gegenüber den Schulterblättern von den Schulterblättern hin zum Jadekissen vom Jadekissen zum Kronchakra immer weiter pumpen mit dem Dammpunkt und dem Steißbein Mulabandler Steißbein vom Kompass zwischen die Augenbrauen von den Augenbrauen über den Nasenrücken Nasenspitze nach innen zum Daumen hinter die Schneidezähne mit der Zunge den Kreislauf immer geschlossen halten fließt die Energie in die Zunge zur Kehle zum Kehlkopf vom Kehlkopf zum Herzchakra vom Herzchakra zum Solaplexischakra die Energie fließt für mich herab vom Solaplexischakra zum Bauchnabelschakra vom Bauchnabelpunkt jetzt drei Finger weiter nach unten zum Hara 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 Krishna da ist der Punkt Hara und vom Hara schließen wir jetzt den Energiekreislauf und es verbindet sich wieder mit dem Dammp wir gehen noch eine weitere Runde vom Dammp zum Steißbein vom Steißbein zum Tor des Lebens zwischen die Schulterblättern zwischen Sumiadekissen zum Kompass Kronchakra vom Kronchakra fließt die Energie zu den Augenbrauen von den Augenbrauen herab zur Nasenspitze von der Nasenspitze nach innen zum Gaumen vom Gaumen in die Zungemspitze von der Zungemspitze zum Kehlkopf vom Kehlkopf zum Herzchakra vom Herzchakra zum Solaplexischakra auf der Vorderseite vom Solaplexischakra zum Bauchnabelschakra vom Bauchnabelschakra drei Fingerbreite herab zum Hara und vom Hara wieder zum Garmpunkt und ihr könnt jetzt diesen kleinen Kreislauf zirkulieren lassen er fängt irgendwann an automatisch zu zirkulieren pumpt einfach immer weiter versucht all diese Punkte gleichzeitig zu fühlen und zu visualisieren und alle Energieüberschüsse die ihr habt Nervosität und so weiter könnt ihr durch diesen Energiekreislauf harmonisieren ihr könnt auch Angst hier transformieren das ist ein transformativer Energiekreislauf und alle Überschüsse die ihr habt zum Beispiel durch eine gesteigerte Sexualität durch Horniness oder was auch immer könnt ihr im Hara speichern so dass euch euer Sexualtrieb nicht zur Last fällt in der Bibel steht schon geschrieben sie werden von den Schlangen gebissen das ist die Schlange der Kundalini die meistens ja nur bei den meisten Menschen im unteren Beckenbereich mal hin und her kreist wenn wir diese Kundalini lernen in diesem Energiekreislauf zu lenken können wir wahre Wunder verbringen es gibt noch den großen Energiekreislauf den kann ich dir auch beibringen wenn du das möchtest für heute erstmal der kleine Energiekreislauf noch einmal zur Wiederholung Dammpunkt Mullerwander aktivieren und dann nach oben ziehen so stark wie du kannst dann fließt die Energie in das Steißbein dann weiter aktiv halten ins Steißbein fließt es es geht die Steißbeinpumpe los wenn die Steißbein wenn das Steißbein anfängt zu pumpen dann konzentrierst du dich auf das Tor des Lebens das hat einen Grund dass der Punkt so heißt Tor des Lebens gegenüber vom Bauchnagel an der Wirbelsäule und dort fließt die Energie zum großen Wirbelpunkt auf der Höhe des Herzchakras vom großen Wirbelpunkt auf der Wirbelsäule fließt die Energie auf der Wirbelsäule entlangt nach oben zum Jadekissen dort wo die Wirbelsäule in den Schädel eindringt vom Jadekissen fließt die Energie zum Schädeldach zum Kompass vom Kompass fließt die Energie zwischen die Augenbrauen zum dritten Auge vom dritten Auge fließt die Energie herab über den Nasenrücken zur Nasenspitze von der Nasenspitze nach innen und dringt in den Schädel ein in den Gaumen und am oberen Teil des Gaumens liegt jetzt die Zunge und die Energie fließt in die Zungenspitze von der Zungenspitze zum Kehlkopf vom Kehlkopf fließt die Energie auf der Vorderseite des Körpers nun herab zum Herzchakra fließt weiter herab wir pumpen immer weiter dann halten es Mula-Wanda aktiv vom Herzchakra zum Solaplexischakra vom Solaplexischakra zum Bauchnabelschakra spürt diese Punkte spürt mal den Bauchnabel und vom Bauchnabelschakra drei Finger breit zum Hara zum Samenpalast Hon-Yang bei Frauen Ova-Palast also der Eierpalast bei Frauen Samenpalast bei Männern drei Finger breit und auch den Bauchnabeln und von da verbindet ihr euch wieder mit dem Dammpunkt oder ihr speichert die Energie in diesem Ort ab fühlt doch einmal diese zwei Meridiane die ihr heute kennengelernt habt von zwölf Diener- und Lenkergefäß fühlt doch mal hinein auf diesen Gefäßen gibt es natürlich noch wesentlich mehr Punkte die man kennenlernen darf für heute sind das die wichtigen essentiellen Energiepunkte die wir brauchen um den kleinen Energiekreislauf zu aktivieren zu kultivieren zu üben in den Erfahrungsberichten steht dass die meisten Menschen sieben bis zehn Tage brauchen um die Energie richtig fließen zu spüren ihr spürt es richtig fließlos spürt ihr wie Blut wenn ihr mal im Joggen wart und ihr spürt das Blut was in euren Muskeln strömt ähnlich spürt ihr diese Energie fließen es fühlt sich sehr stofflich an das ist ein sehr befreiendes Gefühl in den meisten Fällen natürlich werden hier die Themen in euren Chakren getriggert das ist einer der effektivsten zügigsten Wege um mit sinnvoller Chakra Arbeit einzufangen und um eben auch an seine Themen zu kommen emotionale psychologische mental geistige körperliche spirituelle unser ganzes Energiesystem wird hier mit frischer Lebensenergie durchflutet und jetzt kann eben wenn dieser kleine Energiekreislauf etabliert ist auf frische Energie nachfließen Kundalini-Energie ist eine unerschöpfliche Energiequelle in unserem Inneren es ist der Quell der Jugend die Quelle der Jugend der Kelch des Lebens und dies ist die erste Lektion in der Zähmung der Schlangenenergie das ist der Grund warum König und Pharaon und auch indische Gottheiten immer mit der gezehnten Schlange dargestellt werden die Schlange bezieht sich hier eben darauf dass die Sexualität die Urkraft die stärkste Kraft im menschlichen Organismus transformiert und kanalisiert wurde und für höhere Zwecke nutzbar gemacht worden ist ansonsten ist es wie in der Bibel werden die Menschen von der Schlange gebissen und verlieren nach und nach ihre Lebenskraft sprich zu viele sinnfreie Orgasmen sorgen dann für den körperlichen Zaffern und zugesküptschen von der Schlange dann für den und die Gaehmer die Gaehmer den die Gaehmer